Musik Scholem Aleichem, der jüdischer Müller Uri Lesser ist geboren geworden im Päusner Gegend von Pöln in 1863. Nur sein Taten steht, wenn der Singel ist alt gewesen zehn Uhr, ist die Mutter herübergefahren in Berlin. Dort hat sich ihm nicht eingegeben, heranzutreten in der Kunstakademie. Lostert sich in der Wanderung von Berlin weiter auf Meirow, bis er kimmtun kein Düsseldorf. Woher ebtun sein Lehre in der Ortiger Kunstschule? Gorin Gichen wird lesser enttäuscht. Er kimmt zu Moisvier als das, was er lernt in der Schule, oder klänen Scheiches zu seine Schafferische Visies. Von jener Zeitun ebt sich hohn a Kräuwe schafft von seiner Kunst mit dem Expresionismus. Wir können sagen, als lässers Dämmelte gearbeiten, sind gewähn Möllerische Poemes, wo so ein Wosemol als Meer ungenommen die Form von plastischen Schaffungen. Nach einer gewisser Zeit verschliesst er sich im Zekehren gegen Berlin. In der Zeit schafft er eine größere Serie von Bilder auf der Thema von Leben in die Berliner Kaffee mit sehrer Nachtbesucher, Freuen von der Unterwelt, einsame Männer. Die doze Gebilder sind wie Amin Dokumentatze wegen der Geschichte von dem Stegerleben in der blischen Dämmel mit billigem Glanz Tkufe von Wilhelm II. In Lässers Schaffung spielt euch eine größere Rolle die Zeichnung und Grafik, wo es trockten sich als Sachunstrengung in Expresse. Uwe Lässer ist gestorben in größer Ehlenkeit in Berlin dem 18. Oktober 1937. Seine Bekannte ob ihm gefühne in seinem Atelier zwischen seinem Werk noch etliche Tage von seinem Teufel. Dem 18. Oktober 1890 ist in dem ukrainischen Dorf Vilnia, nicht weit von Zhitomer geboren geworden, der Dichter Osher Schwarzmann. Bei seiner 15 Uhr hat die Mischbuche sich ein Riebergezeugen in Kiew, wo er vernehmt sich mit Lirerei. Schon in der frühen Jugend hat Schwarzmann umgeheben Schreiben Lieder auf ukrainisch. Das erste Lieder in jüdisch, die Kretschme, hat er ungeschrieben in 1909. Mit zwei Uhr später geht er weg, leuten präsiv in Militär, dient in der Kavalerie lebender russisch-deutscher Grenitz in Kalisch, Polen. In 1913 drittob David Bergelsson, mit welchen Osher hat sich befreundet noch in Kiew, sein Salied in dem Wilner Journal Die jüdische Welt. Das ist gewein Oschers erste öffentliche Publikatie. Beis der erste Weltmalchumme, ist er auf dem Front, wird verwundet und hält sich eine gewisse Zeit in ein Moskwer-Spitul. So auf 1917 demobilisiert man ihn und Schwarzmann kehrt sich ihm in Kiew. Er arbeitet wie ein Charakter in der Kiewer-Bundischer Volkszeitung, dringt Lieder in der täglichen Presse und später in die Sammelbücher Egens und Aufgang. Noch ein hereintretten in der Reuterarmee, fuhr der Rob auf dem Front. Osher Schwarzmann ist ihm gekommen in 1909. Sein poetische Jirische besteht von etliche und sechzig Lieder. Beim Leben hat er nicht da rausgegeben keinem Büchel. A größeren Zusteyr in dem Upsuchen, im Publikieren Schwarzmanns Lieder, hat gemacht sein Schwesterkind, der Dichter, Duwitt Hofstein. Und jetzt bloß ein Perl von Osher Schwarzmanns Lierik. Ashtral von der Zun und dichwale gekuscht mit Lippen von reinem Ginn Gold. Aspring und dichwale getun und zimischt und Leben schön mehr nicht gewollt. Musik 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 Musik